Mami, Mami, ist George schon wach? Wir wollten angeln gehen. Ich habe hier alles vorbereitet. Hier ist ein Eimer, hier die Angel. Pepperschatz, nicht so laut bitte. George schläft noch. Na dann lass uns ihn wecken. Mutti bitte. Pepperschatz, George ist krank. Wir warten auf den Arzt. Es kann doch gar nicht sein. Wir wollten doch angeln gehen. Und was jetzt? Soll ich etwa alleine gehen? Schätzchen, da kann man nichts machen. Diesmal musst du wohl alleine gehen. Na gut, schade natürlich. Aber da kann man wohl wirklich nichts machen. Hey, so ein schöner See. Hier ist wohl viel Fisch drin. Schade, dass George nicht da ist. Kommt, Fischchen, groß und klein. Hey, da hat er etwas angebissen. Schauen wir mal. Hopp. Hm, ein alter Schuh. In rosa. Vielleicht passt der mir ja. Hey, ein Fisch ist es natürlich nicht. Aber was soll's. Versuchen wir es nochmal. Ah, ich habe etwas an der Angel. Hey, noch ein bisschen. Was ist das? Ein Reifen etwa? Das ist aber ein seltsamer See. Hier gibt es ja gar keinen Fisch drin. Also, ein allerletztes Mal versuche ich es noch. Ah, hopp. Ach, das muss etwas Großes sein. Unschweres. Aha, ein Fisch. Ein großer Goldfisch. Peppa, lass mich zurück ins Wasser. Und ich erfülle alle deine Wünsche. Huch, du meine Güte. Was ist das? Wer spricht da? Doch wohl nicht der Fisch? Ich bin nicht bloß ein Fisch. Ich bin ein Goldfisch. Ich erfülle alle Wünsche. Wie jetzt? Alle, alle? Allerdings kann ich nur einen Wunsch erfüllen. Ah, nur einen Wunsch. Nur einen. Hm. Ähm, ein Wunsch. Aber was soll ich mir nur wünschen? Hm. Vielleicht ganz viele Bonbons? Hey. Ah, so viele Bonbons. Und so viele unterschiedliche. Hm. Nein. Nein, nein, nein. Bonbons will ich nicht. Ich muss mir etwas anderes wünschen. Peppa, beeil dich. Ich muss zurück ins Wasser. Sonst sterbe ich. Nein, 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 Fischchen. Ich flehe dich an. Stirb nicht. Denk nach, Peppa. Denk nach. Vielleicht sollte ich mir ja einen Prinzen wünschen. Oh, Peppa, du bist die Allerschönste. Die Allernetteste. Du, du bist die eine Besondere. Ach, Prinz, hör auf. Du machst mich ja ganz verlegen. Ich werde ja ganz rot hier. Was ist denn? Was ist nun, Peppa? Hast du dich für den Prinzen entschieden? Hä? Was? Nein, nein. Um Gottes Willen. Ich will keinen Prinzen. Der... Der ist irgendwie so blau. Peppa, na los. Denk schnell nach. Was ist am wichtigsten für dich? Das Wichtigste für mich? Na, mein Bruder George. Ich weiß, was ich mir wünsche. George soll so schnell wie möglich wieder gesund werden. Alles klar, Peppa. Dein Wunsch ist erfüllt. Ist das wahr, liebes Fischchen? Du lügst doch nicht, oder? Ist schon weg. Ich werde das gleich überprüfen gehen. Mama, Mama. Du wirst es nicht glauben. Ich habe einen Goldfisch gefangen. Und dann... Und dann... Ah, George. George. Ich bin hier so froh, dass du wieder gesund bist. Und dann...